Wir leben gerade in einer sehr schwierigen Zeit. Wir leben gerade in einer sehr schwierigen Zeit. Ich habe mich auf die Suche gemacht. Zum Beispiel können wir die Dinge und die Menschen mit anderen Augen fliehen. Mit anderen Augen in einer anderen Perspektive. Wir leben gerade in einer sehr schwierigen Zeit. 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 Wir leben gerade in einer sehr schwierigen Zeit.